Hallo, ich bin's Anton. Eigentlich hätten wir euch jetzt zum Tag der Aufentüren eingeladen. Das geht leider nicht aufgrund der Situation, aber wir haben schon ein Video gedreht, wo wir die ganze Schule zeigen und deren Ausstattung und heute soll es mehr um das Konzept der Schule gehen. Zunächst stellt sich die Frage, was ist die Sekundarschule? Die Sekundarschule ist eine Schule für alle Kinder. Hier kann man alle Schulabschlüsse der Sekundarstufe 1 erreichen. Die Struktur und der Inhalt einer Sekundarschule gleich der Gesamtschule. Wir sind eine Ganztagsschule und müssen somit keine Hausaufgaben machen. Dadurch haben wir aber Lernzeitaufgaben, die wir in der Schule bearbeiten müssen. Der Vorteil an einer Lernzeit ist, dass wir die Aufgaben mit den Lehrern zusammen bearbeiten können. So haben wir keinen Stress zu Hause. Die Sekundarschule legt einen großen Wert auf die Differenzierung, aber dazu fragen wir mal die Schulleitung mehr. Hallo. Hallo Anton, schön, dass du kommst. Ich hatte eine Frage bezüglich der Differenzierung. Was ist das genau eigentlich? Ja, das erkläre ich sehr gerne. Ich bin die Schulleiterin, mein Name ist Andrea Volk und an unserer Schule wird jedes Kind in seiner Einzigartigkeit wahrgenommen. So wie es kommt, nehmen wir das Kind an. Und dann haben wir ein System, das dieses Kind willkommen heißt, in dem wir auf unterschiedlichen Anspruchsebenen unterrichten. In Deutsch, in Mathematik, in Englisch, in Physik. Wir bieten unterschiedliche Leistungsebenen an. Wir bieten die Möglichkeit, im Wahlpflichtbereich eigene Schwerpunkte zu wählen. Naturwissenschaften, Arbeitslehre, Fremdsprachen und wir bieten ein eigenes Fremdsprachenpaket an. Jedes Kind kann sein Tempo mitbestimmen. Eltern wählen mit, Eltern entscheiden mit. Kinder werden in ihrer Entwicklung wahrgenommen. Und das finde ich das besonders schön auch an unserer Schule und an unserem Schulsystem. Gerne hätten wir Sie persönlich informiert und zwar im Rahmen der letzten Jahre beim Tag der offenen Tür. Nun werden wir Ihnen einen Infotag anbieten mit persönlichen Beratungsgesprächen. Nehmen Sie diese gerne wahr. Melden Sie sich an. Wir bieten außerdem in Zusammenarbeit mit dem Schulträger noch einen sogenannten Zoom-Call an. Auch das wird sicherlich interessant und informativ. Achten Sie auf unsere Homepage und wir freuen uns auf Sie. Melden Sie Ihr Kind an. Ab Karnevalsdienstag. Herzlichen Dank.